Propaganda für einheimischen Würfelzucker? Nein, so unglaubhaft es scheint, hier wird geimpft. Und zwar gegen Kinderlähmung nach der neuesten Methode des Amerikaners Sabin, eine Schutzimpfung, die vom Eidgenössischen Gesundheitsamt empfohlen, im Kanton Basel grossen Erfolg hatte und nun auch in Zürich durchgeführt wird. Versuchskaninchen spielen lauter berühmte Leute wie Stadtrat Hohlenstein, Theater- und Filmschauspieler Erwin Kolund und dessen Gattin Margret Winter mit Tochter. Grössen des Sports und des Gabarets, Ballermann, Elsner und Walter Roderer, unser Nationalgoli einmal nicht in Abwehrstellung und Walter Roderer ohne Melone. So kinderleicht wird einem hier das Impfen gemacht, dass man als Bub Hemmungen bekommen könnte.